hey leute willkommen zurück bei borderlands diesmal kann ich sogar richtig ausgesprochen was für ein wunder ja das letzte mal haben wir auch schon haben wir eigentlich an der base da aufgehört ich hoffe jetzt inständig dass hier nicht wieder alles voll doch ist es also wir dürfen uns hier nochmal durchmetzen super dankespiel dankespiel feierrate höhe rückstoß verringerung schwierig jetzt ich denke wir machen wir hier einen auf metall sturm weil damit können wir glück haben toll von daneben und daneben getroffen scheiße warum muss ich den ganzen scheiß jetzt nochmal machen ich hätte die aufnahmestation nicht darum beenden sein ok bisher geht es ganz gut nicht so wie beim letzten mal eventuell kommen wir sogar ganz gut durch hier das lässt mich hoffen munition lässt nicht weg wird schau mal Ich habe bisher jetzt auch nicht die Alpha Skucks wieder gesehen. Da kommen wir doch ganz gut durch, aber nur, weil keine Alpha Skucks da sind. Jetzt dürfen wir uns noch mit den Banditen wiederum schlagen. Die ich nicht treffen werde auf die Entfernung. Okay, was war das jetzt für eine Herausforderung? So macht man es. Einmal nachladen. Wo ist der andere? Ach, da bist du. Versteckst du dich einfach. Ich glaube es hakt. Na gut, dass wir genau den gleichen Scheiß in der letzten Folge schon mal hatten. Ich muss sicher die Folge glatt ein bisschen länger machen, damit nicht genau dasselbe wieder da ist. Oh, wird der wieder voll das Leben? Und wo kommst du her? Ah, wer ist denn ein Schild denn wohl? Ach, schöne Waffe. Nie verkehrt. Noch besser. Du hast eine Schockwaffe gefunden. Diese Waffen durchdringen die weißen Schilde und können den Gegner nehmen. Ich bin schon wieder voll. Ach, schrecklich. Der Gwennend-Mod bringt mir jetzt unser. Der ist unser Blau. So. Naja. Es kommt halt auch nicht immer auf die Farbe drauf an. So, jetzt gehen wir mal zum, ups, jetzt gehen wir mal zum Speicherpunkt. Jetzt kommen noch Racks. Racklets. Sind wir in Silvester, haut ab. Bisschen Geld ist nie verkehrt. Okay, 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 okay. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da hin. Ich glaube, jetzt mit der Tonne habe ich immer Erfolg. Bin ich schon. Nicht verkehrt. Ok und hier geht's jetzt die Party ab Wo ist er? Ok ich seh da welche kommen Aua Ja genau wo kommt sie jetzt auf einmal her Ich glaub's ja nicht Die können wir jetzt einfach aus dem nichts Schauen wir mal nach da oben Schlitzejagd Ok da haben wir schon mal unser erstes item Und eine ganze Menge Munition Irgendwie waren es ein paar wenig Gegner für so ein großes Gebiet oder? Gerade wenn ich sag Gerade wenn ich sag fangen sie natürlich an zu schießen Ok da kommt noch einer Oh scheiße Ja toll und jetzt kann ich noch mal da durchschießen oder was? Scheiße Das musste ja passieren oder? Bitte bitte Ich zahle gerne so viel Geld Ich wollte nämlich verarschen Trifft der Gegner zufälligerweise diese scheiß Kiste Wo bist du? Das war es mir jetzt wert Das war mir jeden einzelnen Schuss wert Ja da oben drauf gibt es noch was Das war genau wie geplant Da gibt es noch Munition Alles nicht verkehrt Nehm ich alles dankend mit Hm da ist noch eine Kiste Okay Hier soll noch ein Teil sein Nichts dabei was wir brauchen Ist auch mal ernst Wo ist dieses scheiß Teil? Das soll Hier liegen Genau in diesem Punkt Die wollen wir doch verarschen oder? Das ist doch jetzt nicht euer ernst Wo ist dieses scheiß Teil? Der Lauf Der Lauf Der Lauf Der Lauf Der Lauf Hier ist nix. Ja okay, bevor ich mich jetzt hier stundenlang tot suche, denke ich, wir beenden die Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt ein Kommi. Und wenn ihr noch mehr so einen Schwachsten sehen wollt, dann abonniert mich. So long, euer Sergeant Chaos. Bis zum nächsten Mal.